Ja, hallo miteinander, hier ist Peter Schubert von der Firma Isabella K., ihrem überregionalen Fachhändler, Einrichtungspartner und Talenti-Fachhandelspartner. Und ich darf Ihnen heute mal die sogenannte Panama-Kollektion von Talenti vorstellen. Ich sitze hier gerade in so einem großen, eiförmigen Gebilde. Das ist ein Drehsättel, den Sie hier jetzt in einer roten Faser sehen, in einem roten Seil, sehr aufwendig geflochten mit wunderschönen Cobelli-Stoffen. Das Ganze gibt es aber dann auch in Anthrazit oder Beige-Farben, sogar auch in Grün oder in leuchtendem Gelb. Und diesen Drehsättel können Sie auch mit einer Hängevorrichtung kaufen, mit eigenen Metallstände. Es kann also sowohl an eine Decke gehängt werden, aber auch frei schwebend aufgehängt werden mit seinem eigenen Ständer. Hier hinter sehen Sie weitere Panama-Produkte. Das kann ein kleiner, kompakter Zweisitzer sein oder ein Sessel. Es gibt von Panama aber auch wunderschöne Love Seats, also größere zweisitzige Sitzobjekte. Und Panama wird von Talenti auch sehr gern eingesetzt, um es zu mischen, um mal ein Objekt zu einer anderen Talenti-Kollektion zu stellen, wie zum Beispiel diesen eiförmigen Drehsättel. Und da stehen wir für Fragen natürlich sehr, sehr gerne zur Verfügung. Und ich sage mal wieder vielen Dank und Tschüss. Danke. 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 Danke.